hallo und herzlich willkommen wir sind in folge 2 bei minecraft strife und bei mir ist natürlich wieder die milky mein dabei und kurz was bevor wir jetzt auf den server gehen wegen meiner ersten folge die ist ein bisschen verkackt worden ich weiß nicht was passiert ist ich habe ja während der folge wollte ich ja den ton leiser machen und irgendwie ist mir dabei fraps abgeschissen ja und ich so voll profi wie ich bin mir ist es natürlich erst aufgefallen nachdem wir das video beenden beenden hatten ja gutes deutsch beendet hatten und naja jetzt fehlt mir halt zehn minuten oder so aber wir hoffen mal dass es jetzt in dieser folge besser wird ich gucke jetzt mal kurz nebenbei wegen dem ton der ist alles in ordnung alles klar und dann würde ich sagen gehen wir bei drei drauf hören wir sind die einzige auf dem server drei da ist schon einer drauf was da steht eins von 16 monocraft da ist drauf ich mach mal ein screen 100 pro haben die gewartet bis wir drauf gehen aber wieso ist der ohne team partner ich mach mal kurz ich muss mal kurz ich mach als beweis so okay dann aktuell ist ja aber der darf da doch gar nicht macht er was wegen ohne sachen weil das ist der ohne alles klar dann würde ich sagen gehen wir drauf und direkt mieten bei drei ja drei zwei eins okay sneak direkt siehst du namen aufnahme startet sie ist keine namen das ist doch jetzt scheiße wieso ist der drauf chatnachrichten konnten nicht gesendet werden lol also ich kann sind ich hab grad ich versuche dann gerade hier ist also ich kann keine chatnachricht senden ja ignoriert mich ich teste gerade was ja gut ich hab ich gesagt dass wir viel essen habe oder makro play nichts kannst du nicht alles mir ist das kann ich es gerade ich hab keine eisende ich habe keine eisende ich habe keine eisende ich kann mir eine spitze hat machen ich habe 30 groß scheine oh das sollte ich mal schmelzen ne ja ja gut habe ich gesagt dass wir viel essen haben makro play nicht langer falscher server alter ich wollte eigentlich ja das müssen wir jetzt aber nicht machen oder egal ich habe auch noch eisen dann lass uns das jetzt schnell machen es liegt ich trotzdem nicht dass der hier in der nähe ist wenn ich da rein meine güte ich mach mal hier kurz und scheißloch wo ich meine scheiße reinmacht die ich eh nicht brauche lapis lazuli braucht man hat weizen brauchen als eisenspitzhacke dann brauche ich keine mehr machen ne brauchst du nicht gut dann mach ich hab ein schwert hast du jetzt schon das ganze eisen genommen oder was ich hab noch kein schwert dann mach mir eins ich mach dir eins ich mach dir eins wieso kann ich nicht schreiben das ist ja voll behindert hier hast du ein schwert das reicht glaube ich für ein brustpanzer gleich schon mal vereinen und dann würde ich sagen packen wir gleich die sache nur gehen dann erst mal lassen wir auch mal ein paar schnitzel wir haben die ja zusammengelegt gehabt ich gucke jetzt trotzdem mal ich ja ich hab ja ja das gute ist wir sind jetzt gerade alleine auf dem server so ein brustpanzer hier hier an der crafting box danke und dann haben wir uns nämlich entschieden gehen wir gleich erst mal weiter das essen reicht ja komm nimm raus und bau ab scheiß du einfach mal so lol was da war eisen lol ich pack hier gerade drinnen lol ich pack drinnen siehst du das nein bei mir bist du ganz normal ich bin gerade drinnen drinnen gebackt wo geht's raus hier dann zack zack weil hier war kein eisen mehr und wir brauchen ja eisen also unser ding ist es jetzt in folge zwei ähm aber was äh hä nicht dein ernst du bist schon wieder ein 1x1 das hat gerade voll gepackt au lol soll ich kurz raus ja geh kurz raus ey wir sind echte vollprofis leute ja hast du ach du scheiße echte vollprofis wo geht's denn jetzt raus ja ja ich meine okay heute ist irgendwie keine ahnung ich hab's voll im gefühl dass wir drauf gehen ich auch aber ich hoffe es mal lieber nicht mal hoch dort hopp bestimmt ist nacht oder so und dann werden wir von skeletten totgeschossen oder so mhm alter wie weit hast du dich hochgegraben heruntergegraben sag mal wir sind schon bei 5 minuten und es wird dunkel gerade aber es regnet es ist dunkel ja scheiße dann lass uns schnell irgendwo hingehen ja lass uns nach da laufen komm von wo kamen wir denn damit wir wissen wo die Waffe ist wir kamen von da hinten äh das ist scheiß weit da ich hab ein bisschen Angst jetzt hier so rumzulatschen ohne Rüstung und alles lol da ist zu ende ah zombie dann lass uns da hinten wo der Wald ist vielleicht boah irgendwie leckt das auch gerade voll bei mir ja wegen dem es wird Tag ja mhm komm guck mal lass mal da hinten hin oder so vielleicht äh lol hä sleep wegen es ist keiner auf dem Server aber hier ist kein Gras das kann auch das Schaf da vorne gewesen sein sicher ja komm lass weiter gehen es ist keiner auf dem Server ja am besten wärs natürlich wenn wir jetzt gleich Glück haben guck mal lass mal da die Kühe noch mitnehmen vielleicht und dann irgendwo einfach runterkramen ja auch für Leder für Verzauberungstisch alles ok da ist auch ein Höhleneingang ja aber das ist zu offensichtlich und wobei wir nehmen ja eh gleich noch eine Folge auf ja lass uns da rein da ist auch noch viel viel Kühe weil ich hab jetzt kein Leder ich hab Leder ja wie viel brauchen wir Leder eins ne ich hab keine Ahnung ich weiß nur drei Zuckerroche da ist ein Skelett und so ne Scheiße drin hier ist aber noch ein Eingang ah ne das ist kein Eingang weil ich hab keine Rüstung und nix einfach dann lass mich vor dann töd ich dich schnell ja aber eigentlich wir sind schon bei 8 Minuten und wir haben nichts geschafft denn es geht ins Wasser da ist auch ein Skelett jetzt ist einfach runtergeflogen hier ist kein Eisen oder? so dann lass weiter gehen mach die Fackel aber weg wir brauchen dringendsteisen das wird unser Verderben ich weiß es jetzt schon hm hm wenn die anderen schon fragen nach Verzauberungstisch ja will ich nicht wissen wie ist bei denen dann bei Eisen hier ist noch oh oh wie ist es einfach rumbleibt wow mag sie hier rein? hm ja dann lass links rechts lass hier guck mal hier ist auch ein Skelett hier ist auch kein Eisen doch hier ist Eisen bau ab hier ist auch ja dann lass hier bleiben und in der dritten Folge dann nochmal weiter weil die Höhle ist zu offensichtlich das Gute ist wir bauen ja an einem Stück ab äh wir bauen an einem Stück ab what the fuck wir nehmen an einem Stück auf ey ich bin heute so verpeilt ne? ich hab 6 Eisen ok reicht aber noch lange naht ein Zombie weil wir müssen ja auch noch ein Ding machen ein äh Amboss und der braucht ja auch voll Spiegel und? ja an der Wand hier ist nix hier ich würd sagen hier ist Wasser hier gehts wahrscheinlich weiter dann lass uns mal einen Eimer machen vielleicht dann lass uns mal einen Eimer machen vielleicht komm wo? hier aber Wasser können wir auch oben holen hier ja ich stelle hier jetzt mal Öfen hin dass wir zumindest mal das Eisen und das Gold schmelzen können ja hier gehts nicht weiter weil viel Eisen ist es nicht 11 Minuten hier ist Kohle ich baut es mal noch auf ja ne ich freu mich so mega auf Crumb City ne? naja naja lass jetzt erstmal das Projekt rumkriegen und dann also ich hoffe natürlich dass wir gewinnen werden ne? wo? 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 es ist und bist du? was machst du? nix 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 es ist voll Zeitverschwendung wir müssen hier gleich wieder raus mach mal Crafting Box bitte Ich warte nur, bis das Eisen fertig ist. Dann gehen wir eh wieder. Weil wir sind gleich am Limit. Dann ist die Folge schon wieder zu Ende. So, dann kann ich mir einen Brustpanzer machen. So. Wir haben aber auch dieses Mal wieder echt Pech mit Eisen, ne? Es ist echt zum Verzweifeln, warum wir schon wieder so Pech einfach nur haben. In der nächsten Höhle würde ich sagen, bleiben wir dann einfach und gucken auch schon wegen dir aus, oder? So, zwei Stück noch. Das läuft bei dir. Aber hammerhart, ey. So, ne Hose. Okay, hab. Hier ist noch ein Eisen. Ja, jetzt können wir nachher schmeißen. So. Dann bauen wir mal ab. Wo ging's hier raus? Aber es geht da hinten noch weiter. Dann können wir ja OXP. Ja, aber jetzt die Höhle noch fünf Stunden zu erkunden, dann aber doch kein Eisen finden. Ist auch scheiße. Wo ging's denn hier raus? Hm? Ach, schon keiner. Hier. Hier ist Eisen. Dann ne Mö. Boah, das stimmt. Ich bin jetzt wieder draußen. Da hinten ist Zuckerrohr noch. Ich hol das mal schnell, ja? Hm. Wir sind auch gleich bei 15 Minuten. Ich geh mich mal raus. Oh, hier ist die Zuckerrohr. Wir brauchen's zwar nicht. Ich würde dich da einfach hochgebaut haben. Ja, normal. So, und dann würde ich sagen, locken wir hier jetzt einfach aus. Ne? So, dann geh ich schon mal raus. Jo. So, ich bin... Oh, wer ist auf den Server gekommen? Ähm. Ist egal, wir sehen's ja gleich. Makroplay, schon wieder. Ja, alles klar. Wir nehmen ja eh gleich noch eine in der Folge auf. So, ihr Lieben. Ähm, das war die zweite Folge. Leider hatten wir nicht so viel Glück, ähm, was jetzt, ähm, Eisen angeht. Wir haben zumindest schon mal zwei Brustpanzer und so. Es ist echt zum verrückt werden dieses Mal. Aber wir geben unser Bestes, dass wir jetzt in Folge 3 erstmal bei einer Höhle bleiben oder so. Und auch schon nach, ähm, Dias suchen. Und ich denke mal, während wir nach Dias suchen, werden wir sowieso bestimmt Eisen finden. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, die nächste Folge wird hoffentlich viel besser mit dem Eisen und nicht so jetzt verrückt. Dieses Mal, ich dachte wirklich, ich verreck, weil ich Skelette gesehen hab, also... Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, die wir jetzt gleich, ähm, hinterher aufnehmen. Und dann macht's gut, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.